Okay, beide sind drin. Haben die Füße auf? Okay, dann geht's. Und sie sind auf uns. Auf unserer Seite Jens Felschieber, Feldseite Billy Becker. Und Jens im Racing Style von Eck, Billy dahinter aber noch knapp, sehr gutes Rennen von beiden. Schneller Pass, guter Pass bei beiden hier vorne, Jens. Geben im Moment die Zeit vor, Billy Becker dahinter, Jens übers Ziel im Pass und der Bördel galoppiert am Ende. Ai, ai, ai. Gutes Rennen von Billy bis 230 und dann war's dahin. Wir schauen auf die Fahrt noch einmal für Jens Füchten-Schnieder, Jens Füchten-Schnieder in dem blauen Jäckchen. Dort haben wir Weiß und für Billy Becker am Ziel gut. Okay, Zeit für Jens, bitte. 23,05 Wir schauen auf die Fahrt noch einmal für Jens Füchten. Wir schauen auf die Fahrt noch.